Wir können es nicht ohne unsere bayerischen Jägerinnen und Jäger schaffen. Das werden wir nicht hinkriegen, aber alle anderen Säulen müssen halt aufpassen und das, glaube ich, haben wir gut auf den Weg gebracht. Und da geht es mir nochmal wirklich um das Miedernander. Was mich fast zur Verzweiflung bringt, ist dieses ewige Geschiss, und das muss ich so sagen, um dieses Motto Wald vor Welt. Liebe Leute, ich habe dieses Motto nicht geprägt. Und aus meinen Augen und aus meiner Sicht hätte man vielleicht schon damals eine vorsichtigere Variante nehmen können. Wir können darüber streiten, der eine sagt zu mir, ja unbedingt Wild vor Wald. Können wir darüber diskutieren. Und dann natürlich Wald und Wild, was für mich persönlich die abgemildete Form ist. Aber eins ist klar, ohne Wald wird es auch kaum gut gehen.